Deutschland, mach dicht! Unsere temporären Binnengrenzkontrollen auf alle deutschen Landgrenzen ausweiten. Dies habe ich heute angeordnet und bereits notifiziert bei der EU. Das dient der weiteren Begrenzung der irregulären Migration und das dient dem Schutz vor den akuten Gefahren durch den islamistischen Terror und durch schwere Kriminalität. Wir tun alles, um die Menschen in unserem Land dagegen besser zu schützen. Dazu gehören die weitreichenden Maßnahmen, die ich jetzt treffe. Drei Jahre hat es gedauert, bis Nancy Faeser anfängt, ihren Job zu machen. Ganz kurz vor den Wahlen in Brandenburg ist sie jetzt endlich umgefallen. Und soll ich euch was sagen? Sie haben jetzt ein Gesetz gefunden. Aufpassen! Außerdem haben wir nun ein Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisung entwickelt. Die intensive Prüfung der Bundesregierung hat hierzu rechtliche und tatsächliche Möglichkeiten aufgezeigt. Aha! Die rechtliche Prüfung der Bundesregierung hat hierzu rechtliche Möglichkeiten aufgezeigt. Leute, es ist völliger Wahnsinn. Der Tag heute wird in die Geschichte eingehen. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Nach dem Skandal um 1000 Euro Handgeld für jeden freiwillig nach Afghanistan Ausgereisten, gibt es heute einen richtigen Paukenschlag von Nancy Faeser. Ihr seht es auch. Shalom, Salam Aleikum, Orowa. Wie ihr alle zuhört, in mehreren Sprachen läuft hier unten die Kernbotschaft. Deutschland schließt seine Grenzen. Es finden ab sofort, beziehungsweise ab 16. September, finden Zurückweisungen an allen deutschen Grenzen statt. Man hat im juristischen Wühlkasten mal ein Gesetz rausgezogen und hat jetzt eine juristische Möglichkeit gefunden, endlich Zurückweisungen an der deutschen Grenze zu machen. Leute, dafür steht die AfD im Verfassungsschutzbericht. Dafür ist die AfD rechtsextrem und rechtsextremistisch, weil sie das schon seit 2015 fordern, dass man die Grenzen schließen muss, schützen muss und so weiter und so fort. Jetzt ist Nancy Faeser umgefallen, Gott sei Dank. Ja, wirklich Gott sei Dank. Das Ganze ist dennoch mehr wie ein Schweizer Käse, aber immerhin besser wie gar nichts. Mit diesen Schweizer Käsekontrollen, die wir schon an einem Teil der Bundesgrenzen haben, haben sie schon seit Oktober letzten Jahres 30.000 Leute zurückweisen können. Dennoch hat man 170.000 Erstanträge dieses Jahr von Januar bis August in diesem Lande zählen. Das Spannende daran ist jetzt, man möchte die Zahl derer, die man zurückweist, drastisch ausweiten und diejenigen, die hier einen Antrag stellen, drastisch senken. Und jetzt kommen wir hier zu wirklich probaten Mitteln. Und als man jetzt Frau Faeser gefragt hat, wie denn diese Lösung aussieht, wie man denn hier jetzt einen rechtlichen Weg gefunden hat, der seit 2015 irgendwie verschollen war, war wohl lost, keine Ahnung, vermisst bei der Polizei, wieder aufgetaucht. Das ist völliger Wahnsinn. Aber sie möchte es uns nicht verraten. Die rechtliche Möglichkeit für Zurückweisungen an der Grenze hat sie uns nicht mitgeteilt, aber eine Pressekonferenz gemacht. Jetzt bekommt erst die Union eine Exklusivunterrichtung über irgendeine gefundene Gesetzesgrundlage und dann wird die Öffentlichkeit informiert. Hört euch das mal an. Herzlichen Dank. Könnten Sie es vielleicht nochmal ganz genau erklären, wen würden Sie an der Grenze dann kontrollieren? Wen würden Sie zurückschicken und zwar wohin? Und könnten Sie ganz kurz sagen, ob Sie uns verraten könnten, was diese rechtliche Prüfung ergeben hat, dass man eventuell, wie es die Union ja fordert, eine sogenannte Notlage ausruft? Also ich bitte um Verständnis. Wir haben vertrauliche Gespräche mit der CDU, CSU vereinbart. Wir haben uns letzte Woche ja schon dazu ausgetauscht. Wir haben jetzt Mittel und Wege für effektive Zurückweisungen gefunden. Die würden wir morgen gern vertraulich erst mal CDU, CSU vorstellen und dann hoffentlich gemeinsam zu einem Konsens zu kommen. Übrigens nicht nur CDU, CSU. Wir brauchen ja auch ganz dringend für diese Maßnahmen die Länder. Deswegen werden morgen dann auch die Länder mit am Tisch sitzen in Form des Vorsitzlandes Hessens und Stellvertreterland Niedersachsen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, dass wir das tun können. Sie hat völlig daneben geantwortet und den meisten fällt das vermutlich gar nicht auf. Sie hat einfach Dinge in einen Topf geworfen, die gar nicht zusammen gehören. Wir haben jetzt Mittel und Wege für effektive Zurückweisungen gefunden. Die würden wir morgen gern vertraulich erst mal CDU, CSU vorstellen. Mittel und Wege für effektive Zurückweisungen gefunden. Da frage ich mich, wo denn? Auf dem Flohmarkt, auf der Resterampe, bei der Bundespolizei. Und jetzt bringt sie die Länder ins Spiel. Übrigens nicht nur CDU, CSU. Wir brauchen ja auch ganz dringend für diese Maßnahmen die Länder. Wir brauchen für diese Maßnahmen überhaupt keine Länder, denn Grenzschutz ist effektive Aufgabe des Bundes. Dafür gibt es die Bundespolizei. Sie ist dafür verantwortlich, jede Grenze der Bundesrepublik Deutschland zu einem ihrer Nachbarstaaten effektiv zu schützen. Wir brauchen hier überhaupt kein Bundesland, denn die Bundespolizei ist ordinär zuständig. Frau Faeser sitzt auf einer Pressekonferenz und erzählt wieder irgendeinen Müll, nur dafür, dass sie ein Argument hat, die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt zu rechtfertigen, die sich mit diesem Thema befassen möchte. Effektiver Grenzschutz ist Bundesangelegenheit, hat mit der Ländersache absolut gar nichts zu tun. Absolut gar nichts. Oder stehen in Görlitz an der Brücke sächsische Landespolizisten? Nein, das sind Bundespolizisten. Aber sie möchte uns hier wieder einen Bären aufbinden. Niemand hat die Frage aufgemacht in der Pressekonferenz. Viel spannender wird aber sein, was sie für effektive Mittel und Wege gefunden haben. Ich würde lachen, wenn sie sagen, oh, §18.2 Asylgesetz, oh, §18.3 Asylgesetz und so weiter, §26a sicherer Drittstaat und was die ganzen Nachbarländer davon jetzt halten werden, vor allem, wenn wir jetzt anfangen, drastisch auszuweiten unsere Zurückweisungen. Dabei ist im Moment nicht klar, ob Frau Faeser jeden zurückweisen lassen möchte, der das Wort Asyl sagt, denn das ist nach unserem Asylgesetz gegeben, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Wenn jeder abgewiesen wird an unsere Außengrenze, der auch das Wort Asyl benutzt, dann bleibt am Ende wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Rest, der noch in unser Land kommt und dann können Sie sich die ganze Obergrenze auch einfach sparen. Wichtig ist es, dass Sie das jetzt durchziehen, durchhalten. Am 16. September geht es los. Tut die frohe Botschaft kund, dass sich niemand mehr auf den Weg macht, in unser wunderschönes Land zu kommen, denn wir schließen für mindestens sechs Monate die Grenzen und weisen angeblich ausnahmslos alles zurück. Ich bin gespannt, was morgen dann der faule Kompromiss der CDU sein wird und selbstverständlich, wenn zu viel Andrang am Grenzübergang ist, wird man das machen wie bisher. Dann wird weniger kontrolliert, um den Verkehrs- und Warenfluss nicht zu behindern. Deswegen eine Grenze wie ein Schweizer Käse, überall voller Löcher und dennoch wirksam vor allem die politische Botschaft. Deswegen auch meine diversen Untertitel. Das muss jetzt richtig verpackt werden, damit diese Botschaft überall auf dieser Welt Gehör findet, dass sie alle merken, die Deutschen, sie machen jetzt einfach den Laden dicht. Sie haben die Schnauze voll. Wir haben fertig sozusagen. Ende Gelände. Finito. Nada niente. Schluss. Es ist genug jetzt. Endlich gibt es mal hier vor allem eine Sozialdemokratin, die dann leider die Grenzen für Schutzsuchende schließen muss. Ich finde das sehr gut. Ich finde das lobenswert. Das wird die SPD wieder etwas heben. Also die Bote der Wahlumfragen, sie heben sich jetzt mit der nächsten Flut, die kommt. Es ist aber trotzdem völliger Wahnsinn, wie viele Jahre man wie viele sinnlose Diskussionen führen musste. Ich erinnere euch mal daran, noch vor der Sommerpause des Deutschen Bundestages hätte ich euch gesagt, wir schließen alle Grenzen nach der Sommerpause und weisen jeden Illegalen zurück. Ihr hättet mich für verrückt erklärt. Und auch letzte Woche hätte ich Frau Faeser diesen Schneid jetzt nicht zugetraut. Sie hat es gemacht, ohne dass Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz ziehen musste. Das wäre nämlich lustig gewesen. So hat sie es wohl aus freien Stücken machen müssen, damit es keiner anderes für sie macht. Leute, dringt einen auf diese wunderschöne Entscheidung, genießt diese Entscheidung und hofft, dass es nicht nur bei diesen sechs Monaten bleibt, dass es auch nochmal verlängert wird. Damit sage ich, abonniere den Kanal, dann verpasst du keine solcher Nachrichten. Auch mal, wenn es die guten Nachrichten gibt, wie heute. Ansonsten, ich habe noch X und Telegram und damit sage ich, ciao, bis bald.